Ja, 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 mir geht's gut. Ja, ich habe nur ein bisschen Halsprobleme. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Lustige Dinge Video in Goat Simulator 3. Wir müssen hier hoch. Hier ist noch ein... Okay. Ich bin ein bisschen grauer, sorry. Äh, geht's hier hoch bitte? Kann ich mir so gut hüpfen irgendwie? Bin ein bisschen dick geworden. Hallo. Nein, ich will runterfahren. Nein, bitte nicht runterfahren. Nein. Mir schweiz, mir pfeift das Schwein. Ja, gut. So, wir rollen uns kurz mal kurz. Ja, aus dem Wasser. Ich möchte euch heute ein paar lustige Dinge zeigen, die man so machen könnte. Ja, ich habe mich echter Pink, äh, ja, noch ein bisschen Pinker angemalt. Oder? Mit Farbe. So, also hier einfach die Farbe ändern. Bei Fell gefärbt und dann das Pink auswählen. Wir können aber auch grün werden oder so braun. Äh, dann nochmal grün. So, weil grün ist ja eigentlich sonst auch der Godzilla und ich möchte heute ein bisschen durch die Stadt gleiten mit dem Schlamm. So, oh Gott. Das hat wehgetan. Aua. So, und? Juhu. Oh, ich werde grün. Oh, schabbevoller Blitz. Ja, so hätte man die Goldstatue hier oben drüber auch hören können. Dankeschön fürs Wissen. Immer unten schauen, bevor man oben schaut, aber gut. Äh, ja, geht nicht so gut. Hallo, ich will durch die Stadt rutschen. Ich bin das Stinkeschwein. Ich möchte durch die Stadt rutschen. Bitte. Schneller. Hallo, muss ich nochmal vorwärten? Ah, ich muss mir ein Glas geben. So, der Clown hat sicher auch etwas für mich übrig. Boah. Das ist so übertrieben. Also, wenn man klein, also wenn man normal gross ist, kann man mit der Sprungtaste und der rechten Maustaste ja auch besser drehen. Und wenn man ein kleines Schwein, also wenn man ein normales Schwein ist, dann kann man sich, wenn man ständig dreht und hüpft, dann sich wieder in den Boden bohren. Wie beim, äh, ja, beim Hai wieder und so weiter. Und beim Nashorn, glaube ich, auch, kann man sich auch wieder in den Boden bohren. So, ich wollte eigentlich über die Schanze hier. Man sieht leider nicht so viel. Jetzt sieht man gar nichts mehr. Hallo, ich will hier durchbrechen. Hallo, kann ich irgendwas mit dem Schwein, weil es so gross ist, machen? Hallo. Ich sehe nichts. Oh. Wie weit? Was ist denn hier oben? Ich dachte immer, es wäre jetzt hier oben. Hallo, was packt jetzt? Fliegen immer weiter. Ich sehe nichts mehr. Und wieso sind wir immer noch im Schleimgestalt? Im Schlangengestalt? Hä? Ja, ich glaube, das wird nichts mehr hier oben. Aber in andere Richtungen kann man drehen. Oh, so ist es mir gut. Oh, geil. Richtig? Uh. Oh, hey. Sag nichts. Ja, wir machen komische Dinge, ich weiß. Also, wir machen uns wieder klein. Also, wir machen uns wieder klein. Dazu müssen wir eigentlich zurück. Kurz in die Titelsaite. So, dann werden wir einfach ein kleines Schwein und bohren uns durch die Erde wieder. Hm? Ist das nicht schlecht? Wie es auch aussieht, weil es viel zu gross ist. Dieses Kopftuch. Oh, geil. Ja, wo sind wir jetzt wieder hin? Ah, okay. Ganz in der Nähe. Also, wenn man ganz normal läuft, dann rennt, also rennt oder so, dann, ja, die Leertaste drückt und die rechte Maustaste gleichzeitig, kann man eigentlich, ist jetzt hier ein besserer Weg, zum Beispiel hier, kann man zum Beispiel hier, ja, so durch den Boden witschen. Genau. Also, es geht besser. Jetzt ist es noch normal. Jo, hier geht es nicht mehr so gut, aber bei der Farm ging es gut. Uuuh, ich bin krass. Oh, machen wir das mal. Also, wenn ich stehe, Infanträer. So, stehe und dann gleichzeitige Rehe. Wie habe ich denn das gemacht? Ja, der Schwein pfeift er müssen. So, ui, boing. Damit der Schweiss pfeift. Schweiss, Schwein pfeift. Uuuh, blau. Also, nochmal. Es hat so ganz lange Arme und so entwickelt. Das war richtig lustig. Und dann bin ich unter der Map gewesen. Aber, scheinbar geht es einfach wegen... Oh, der Kopf. Der Kopf. Einfach wegen der Kamera wieder. Wegen dem Aufnehmen wieder, nicht? Uuuh, das war geil. Das war ein tödlicher Sprach. Man kann lustige Dinge machen. Uiuiui. Ganz schnell. Also, nochmal. Ja, genau. Ja, genau. Irgendwie so. Dann wieder... Blä, 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 blä. Blä, 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 blä. Blä, 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 blä. Blä, 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 blä. Schrenge fest. Oh, oh. Ja, Kopf ist da unter der Erde. Hallo, geht's dir gut? Mama. mein kopf steckt in der erde gleich mal beides einsetzen es wird gar nicht braun ich mache das ganze spiel jetzt die zunge der kopf und die zunge 10,1 hallo schlägt nicht schlagen krass was ist eigentlich wenn ich zeitlupe knack stars heftig komischer ist hier irgendwo eine gold statue das ist ein jesus ooooh ok höre mich auf mit der zeitlupe geilen grosser baum baumfarmer neues event das ist ein ding ein hippie ok kann jeder ooooh da noch einer oh muss glaube ich mehrere suchen oder das unbeweisbar beweisen sehr gut was haben wir denn sonst noch ich hätte gerne noch lustige dinge ah hier ist dieses eine ok wenn wir den finden den big food da drüben ich sehe es einfach wenn im lilanen und gelben so ich bin ein baum schwein es gibt doch ein meerschwein und ein seeschwein ist das ein seeschwein ui ein flossschwein vielleicht gibt es auch noch ein schweinschwein oder ein menschschwein genau es gibt ein menschschwein ich weiß es eh nicht holzwellen das ist gegen die natur weg damit da irgendwas ist da irgendwas ist hier big food ich hab ihn gefunden äh da ist nichts gesund ey so jetzt hab ich ihn ich hab big food gefunden er brennt zwar ok wir wollen nichts im z oder im Haus so wohin müssen wir jetzt nach vorne nein ich rutschen nicht immer ständig rutschen ich ständig rutsche so wenn ich jetzt den hierhin tue passiert irgendwas ja big food gesichtet bekomme ich jetzt auch dicke Füße ja ich bin durch ey yeah homo sapiens ich kann durch mich kann durch ich kann durch aber ja nicht wer nicht dud aber zuerst möchte ich diesen eigentlich noch hippie finden so einen oder zwei muß auch finden das judgment kann man am besten stehen. Oh, ich mache Bigfoot-Schwein. Bigfoot-Schwein ist cool. Ist hier irgendwo? Hier waren wir aber schon. Hier ist irgendwo nichts. Vielleicht hier oben. Einfach mal ein bisschen Ausblick vielleicht finden wir ihn. Aber der müsste hier in der Brunnen sein. Ist das nicht eine Fähigkeit? Das muss ich mir merken, dass hier so ein Flieger kommt. Hier ist einer. LOL. Ob ich das irgendwie noch wusste. Nach elf Monaten. Ja, die Livestream-Aufzeichnung, die findet ihr auch auf YouTube. Einfach mal danach googeln. Goat Simulator Drago Buster zum Beispiel. Ah, hier ist wieder dieser Ring. Genau, wo man den Ring ins Lava machen kann. Schicksalsberg oder so etwas. So. Gut. Also eigentlich könnten wir hier warten und mit dem Segelflieger mitgehen und eine Goat-Statue einsammeln. sieht sicher lustig aus. Ah, das dauert wahrscheinlich ein bisschen, bis er kommt. Wenn essen können wir den Schweineschenkel-Similar... Ah, der kommt schon. Ey, meine Güte. Das Schwein ist so schla... Na gut, das machen wir mal ein anderes Mal in einem Leistung. oder so. Da muss ich ja sowieso mal ein Leistung machen, um alles ein bisschen zu spielen. Währenddessen hängen wir hier ein bisschen ein Mast. Ahaha, mega sehr gut. Ich bin trotzdem glücklich. So. Boah, der ging unten. Schlamm. Haha. Einen Schlamm-Van. Ich hab einen Schlamm-Van und kann fast nicht fahren. Ah, ich hab Zeit, lustige Dinge machen und nicht irgendwelche Sachen finden. Ey, da werden wir gar nicht weg damit. Einfach mal ein bisschen komische Bewegungen abstellen. Da muss auch irgendwas sein hier oben. Da muss man von hier hier drüben kommen. Aber man kommt nicht hoch. Ganz hoch. Hm. Wiii. Boah. Was haben wir denn hier? Hm. Absichtlich ist es hier nicht. Also dort ist eine Maschine. Dort müssen wir wahrscheinlich etwas machen. Auf dem Holzweg. Okay. Muss ich Holz holen? Kann ich hier irgendwo rein tun? Wo muss man das rein tun? Ah, hier. Mich selber schneiden? Oh, geil. Dankeschön. Hey, hallo. Oh, meine Zunge oder was das ist? Ach, Gott. Ich zersäge mich ein bisschen. Meine Füsse ein bisschen kleiner schneiden. Darf ich auch wieder rauskommen? Ich bin gefangen. Ah, gut. Endlich rausgekommen. Wow. Was muss ich jetzt machen? Holz planken? Ich bringe Holzfäder dazu. Die Maschine zu. Okay. Ist jetzt meine Zunge immer so klitschi? Hallo. Ich muss hier rauf wahrscheinlich. Ah, hier. Hier muss repariert werden. LOL. Weiter Holzfäder. So. Ja, nicht wieder unten durch. Gottchen, ist das dumm gemacht. Man kann doch die Zunge nicht immer so lange haben. Auf dem Holzweg. Jetzt sind die immer verbunden miteinander. Schön. Und jetzt? Hipster-Kleidung haben wir bekommen. Aber wir tragen sie gar nicht. Eigentlich wird sie doch ausgerüstet, oder? Ähm, am Kleider. Ähm. Das hier? Wie bist du? Nein. Körper geht gar nicht. Wieso geht Körper gerade nicht? Äh? Ich bin doch ganz normal. Ah, nur als Ziege. Wenn ich mich umwandle jetzt, dann habe ich aber noch... Ne? Ah, die... Okay. Das hat einfach nicht funktioniert. Brettspiezige. Was ist der Unterschied? Hm. Den müssen wir auch noch nicht nehmen. Aber als Banane... ... tut sich natürlich noch ein bisschen lustiges hier im Holzfällerlager machen. Äh, zum Beispiel können wir dort rauf hüpfen. Könnt ihr Bananen schneiden? Ja, ziemlich gut kann man die schneiden. Oh, dazwischen liegen. Ja. Auch lustig. Mann, ich habe so viele Bilder. Das sah sehr pervers. Das sah aus, ne? Äh... Bananengeschnetzeltes. Gulasch. Gulasch de la Banana. Aha. Ah. Ja, cool. Man bleibt da versteckt. So, was haben wir denn sonst noch? Hier hinten haben wir sicher auch noch etwas. Ah, das ist einfach die Garage hier. Fläche hier drinnen. Äh, hier denn? Ist es so wenig los? Ist es so wenig los? Kann doch nicht sein, dass es so wenig los ist. Irgendwas muss hier sein. Hm. Ich habe irgendwie Lust auf etwas Kleines. Nein, nein, nicht den Fisch. Ach komm, der Hai. Der Hai. Hallo. Oh. Ich wollte da einen Menschen erwarten. Hm. Hier oben müssen wir kurz schauen. Komm, hier hoch. So. So, was haben wir denn hier? Noch mehr. Noch eine Gottsstatue. Zwei nebeneinander. Okay. So. Da ist jemand drin. Geht's dir gut? Ach komm. Komm einfach. Komm mit. So geht die Zunge mal seinig. Hm. Äh. Äh. Komm mit. Ich weiss, wo ich dich hinbringe. Das Bananengulösch habe ich ja schon gemacht. Jetzt möchte ich aber noch Menschen in Toiletten mit Kaka und mit Kiese machen. Aber nur die grossen hier. Ja sowieso. Die Bests gehen. So. Wunderbar. Ähm. Darf ich nochmal? Etwas? Ja genau. Bleib mal oben. Nein. Nicht wieder runter. Ich muss vor allem irgendwie hochkommen. Komm jetzt erst. Uah. Gottchen. So. Wunderbar. Viel Spass da drin. Äh. Ja. Ich bin näher drin. Geil. Was nach der Bahnfahrt. Ja. Hallo. Lol. Ich bin einfach mal in der Säge drin. Wie geil. Bin in der Säge. Aber ich komme nicht mehr raus. Soll ich mich jetzt irgendwo am Boden wischen? Mit dem Fisch. Mit dem Fisch. Oder so. Ja. Wunderbar. Dann können wir noch auf den Ballon gehen. Ja. Mitten auf dem Ballon. Bitte bleib hier. Das ist der Segelflieger wieder. Der Drachenflieger. Aber geh mal runter. Hallo. Runter. Ich hab gesagt runter mit dir. Ja. Dankeschön. Auf dem Ballon. Geil. Mal zwei. So. Äh. Maus. Dankeschön. Und jetzt. Runter. Nein. Da ist nicht das Wasser. Nein. Ich dachte hier wäre der Fluss gewesen. Boing. Ja. Chironimo. Hallo. Hallo. Wo ist der Ballon? Der Ballon da oben. Ich musste ja auf den Ballon gehen. Oh. Hier ist eine Höhle. Zum Durchgang. Oh. Gut gebissen. Hallo. Komm schon. Komm schon. Dann werden wir wieder zum Hai. Hai ist sowieso am coolsten. Wollen wir mal rein. Mit nem Jumpen. Dankeschön. Sehr nett. Kann man jetzt hier gut hoch. noch. Grein. Sieht auch cool aus. Haha. Wie greinzelt der? So. Jetzt müssen wir noch auf die. Holzfäller. 3. Ja genau. Gut. Statue 1. Äh. Ist nicht so gut gegangen. Dann. Irgendwie durch die Goldstelle. Durch. Da oben drüber. Ja. Ich kann hier nicht hüpfen. Ja. Und wie kann man hoch jetzt? So. Wo landet man? Wahrscheinlich hier drüben. Oder? Nicht zu weit weg. Ja. Gut. Hallo. Ja willkommen. Sie sind nicht am Abend. Beiden. Hä? Ganz gecheat hier. Ja ja ja. Nicht am Abend. Nein. Geht nicht. Jetzt müssen wir hier hochkommen. Aha. Kann ich auch mich umdrehen? Gibt es noch? Ja. Gut. Wunderbar. Das Fischhoch. Leitern hoch. Ist so cool. Was ist denn das? Ein Hipsterbart. Okay. Okay. Aber das muss mich als Ziel. Ja. So bleibe ich. Aber eine andere Farbe. Und zwar nehmen wir mal eine Farbe. Geburtstagskustin. Geburtstagskustin. Gefärbt. In. Mit dem Bart eigentlich braun. Grau. Nehmen wir mal grau. Uh. So. Als nächstes hätten wir noch. Dort drauf ist wahrscheinlich nichts mehr. Der Hipster ist wieder oben. Dort bei einer Schöne können wir noch hin. Aua. Hier runtergerollt ist. Da in dem Wasserfall oder? Ja. Dann sieht aber nichts. Kein Durchgang. Schade. Aber immerhin haben wir hier mal noch einfach das Gute erkundet. Ich hoffe ich habe alles gefunden sonst. Und ja. Sonst können wir eben in einem Livestream noch zusammen ein bisschen Spass haben. Kann ich gerne alle die es haben. Natürlich noch einladen. Oder. Mit uns zusammen. Sucht einfach dann am besten nicht selber irgendwie die Sachen. Ähm. Weil ich sonst die bekomme ohne zu zeigen. So. Also einfach zusammen bleiben dann. Und warten wenn irgendwas einsammelt. Dankeschön. Ja. So. Ähm. Aber auf Twitch.tv slash Tragobase natürlich. Uh. Hier ist wirklich nichts. Okay. Wieso ist denn hier nichts? Sind sie nicht fertig mit dem Spiel? Hohohoho. Ja. Einen Addon hätte ich so gerne. Das ist wirklich ein grosses DSI. Hm. Es könnte immer auf den Bäumen irgendwas sein. Da oben ist irgendwie so ein Mensch. Oh nein. Es ist nur so das Blatt. Es ist erleuchtet. Okay. Hier kommen wir mit der Leiter hoch. Da waren wir doch schon. Ja. Jetzt muss ich alles wieder hier drüben hingehen. Ja. So Sachen. Ähm. Lieber irgendwo anders machen. Nicht in dieser Folge. Also nicht in diesem Format. Und jetzt gehen wir noch kurz. Gehen wir mal kurz in die Höhle hier rein. Hier ist nichts oder? Nö. Okay. So. Was ist denn hier drinnen? Das war irgendwie Indiana Jones. Tempel. Tempel. Tempel des Bösen. Das ist der beste für immer, oder? Von Indiana Jones. Der ist wirklich super gemacht. Und keine God Statue. Da könnte irgendwas unten sein. Oh. Eine Haiflosse. Geil. Schade, dass ich nicht hochgekommen bin. Hm. Hier war das, oder? Ja, nicht mehr. Woher. Du 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 du. Ja. Ist doch irgendwas hier, oder? Nein, jetzt gehe ich nicht weiter rein. Äh. Wie seht ihr hier? So ein großer Stein plötzlich. Ja. Okay. Interessante Dinge. Komm schon, wenn wir nur ein bisschen. Besser. So jetzt. Gut. Also, wo haben wir alles? Einmal schon. Interessantes Höhle. Wirklich super. Ah. Auf Land muss ich das einsetzen, nicht im Wasser. Okay, gut. Ich kann es wissen. Aber so ist man schneller. Wunderbar. Da haben wir noch ein gutes, schönes, neues Item gefunden. So schnell. Genau. Und ich weiss, ich kann mich noch ein bisschen an das erinnern. Wenn man zum High wird, sieht das erstmal komisch merkwürdig aus. Irgendwas war ein Bach. Dass man doppelt so schnell ist, oder so. Demonstranten. Das sind die grünen Klimakleber. Ohja. Ohja. So, was möchte man jetzt werden? schon mal die Bananen lol angeschön hallo Vogelbeobachtung welche Vögel ja irgendwo ober uns oh Gott oh Gott bin ich jetzt erschrocken lol wo gibt's denn diese großen Tauben kann ich hier auch hoch gehen? Geht das? da ist aber nichts drauf äh ok die Eifloss ist ein bisschen merkwürdig so merkwürdig spitz hihihi ist nichts hier ein Feldstech also ein Ding Bernglas jetzt sagen wir Feldstücke dickende Felsen so ähm jo wollen wir noch einen geilen jump machen jo hat nicht so viel geholfen schön auszurichten äh ah hier sind wir jetzt ok cool gehen wir noch kurz in die Body und wir könnten wir könnten das Wasser ist ein bisschen so steil hier oben könnte das sein in der Body haben wir uns noch nicht so gut umgeschaut mit dieser Arbeit du hast es nicht verkackt po ich hab ein po po party ah deshalb schön wir haben ja eine po party entdeckt können wir noch in dieses Giratenschiff Ausguckloch nicht so gut doch wir können rein hui da ist Masse ist doch irgendwo noch etwas einfach eine Dusche hm ja leider weiss ich nicht mehr so viele Sachen ok wir haben uns irgendwo vergraben ok schön du hast es geschafft haha jo dankeschön fürs zusehen war eine super Folge hat lustige Dinge gegeben und jo wenn ihr noch Ideen habt Vorschläge dankeschön für die Unterstützung es gibt immer noch sehr viele Sachen zu machen in diesem Spiel und ja es muss natürlich so lustig wie möglich sein es muss endlich jetzt machen wir noch ein paar Bananen so puh explodiert Leute hey alle ab in die Luft jagen diese Bananen diese bösen Bananen so wunderbar jo ich chille hier im Pool dankeschön bis zur nächsten Folge dann komme ich wieder raus tschüss 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 tschüss